hallöchen meine lieben freunde und da willkommen zurück zu red dead redemption 2 ja leute wir sind hier in amperie es ist dunkel ich glaube es ist wie spät ist es 1 uhr 16 früh am morgen es sind fünf grad ich friere quasi leute wir wollen weitermachen und zwar haben wir nächste mission wir sollen zu john marston gehen john marston hat irgendwas mit uns vor er will uns erzählen keine ahnung wir reiten dorthin und gucken was der gute alte herr will so ich glaube wir werden auf den wege oder wir werden wenn wir dort sind dann auch noch mal nickerchen machen weil ich mag so viel nicht wenn es dunkel ist ihr wisst ja was ich davon halte ich finde das nicht so geil muss ich ehrlich sagen deswegen muss ich das ein bisschen ändern naja wir haben einen stream neulich gemacht da haben wir ein paar nebensächliche sachen gemacht oder auch ein paar missionen hat den leuten nicht so interessiert deswegen ja wird sich das auch größtenteils erledigt haben gehe ich mal davon aus so wir gucken mal dass er hier im lager immer so behindert reitet das ist echt eine katastrophe so gut gut für wachen bin ach keine ahnung gut so gehen wir mal warte mal erstmal gehen wir zu unserem lager und machen kleines nickerschen ist ja morgen angebrochen obwohl es ja eigentlich gleich hell werden soll ach komm mach mal jetzt müsste eigentlich gleich hell werden deswegen sollte jetzt nicht mehr ganz so lang dauern würde ich mal sagen so wir können ja unser lager ausbauen leute aber dafür uns noch das tosten früher man muss ziemlich viel zeug sammeln deswegen so schon was los wir sind hier ein Was ist, wenn wir einen Trennen zu stoppen können? Ja, natürlich. Wir bekommen einen Wagen mit etwas Flammable. Öl. Wir legen es auf die Tracks. Sie sehen es. Sie wissen, dass sie entweder stoppen oder sterben. Kein Trennen will einen Trennen sein. Das ist... ziemlich brillant. Für Sie. Das ist eine wirkliche Idee. Ich denke, das ist die erste Mal, dass Sie einen von ihnen hatten. Hör auf. Du könntest, der erste Mal, zu haben, die Hälfte von einem Wolf zu essen, und enden sich mehr intelligent. Wir machen es? Ja, wir brauchen ammunition, gunnungen, sehr gefährlich, und ein Dynamite, um die Trennen zu öffnen. Ich habe die Suppe. Ich muss in die Stadt gehen für Abigail. Keine Frage. Du gehst uns einen Ölwagen. Ja, ich weiß nur den Ort. Sie sind immer in die Refinung. Es gibt eine alte Schäcke, nur über die Grenze. Im Norden von einem Ort, die sich der Duberi-Krieg genannt hat. Lass ihn irgendwo nahe. Hm... Okay. Ja gut. Was haben wir hier? Javier? Was kann der mal? Wagen, die du für John stehlen kannst mit... Ah, okay. Einen Hof über... Hä? Was ist das denn jetzt? Ist ja cool. Man kann ja auch Überfälle dann starten. Ist ja nice. Das gucken wir uns dann andermal an, würde ich sagen. Ja Leute, ihr hört es vielleicht. Ich bin krank. Mein Hals tut weh. Ich bin jetzt auch gerade erst aufgestanden. Das heißt, noch ist alles gut. Mein Hals konnte sich ein bisschen schonen. Das kann sich aber wieder ändern, wenn ich den ganzen Tag auf die Beine bin. Ein bisschen umherschreien muss und so. Und ja, dann macht das ganze Aufnehmen auch keinen Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, äh... Ich halt husten muss. Mein Hals weh tut und so. Das ist dann irgendwie nicht so cool. Aber noch geht's. Toi, toi, toi. Will ja natürlich auch ein bisschen was zeigen. Allerdings muss man an der Stelle hier auch ganz klar sagen. Das Feedback von Red Dead Redemption 2 ist schon wieder miserabel. Ja. Ich zerstöre mir das Spiel selbst, indem ich es mich zwinge aufzunehmen. Was natürlich nicht ganz so viel Bock macht, wie als wenn ich es einfach nur zocken könnte, wenn ich Bock drauf habe. Auf was ich Bock drauf habe. Wann ich Bock drauf habe. Wie ich Bock drauf habe. All das nimmt mir das Let's Play quasi ab. Und ich muss mich... Ja, äh... Es macht halt nicht so Spaß, wie wenn man es ohne aufnimmt. Deswegen... Das Feedback ist wieder miserabel. Es wird also auch wieder darauf hinauslaufen, dass das LP nicht zu Ende geführt wird. Einfach nur, weil ich mir so ein wunderschönes Spiel, wie Red Dead Redemption 2, nicht zerstören möchte. So, wir gucken mal, was wir haben. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Waffen, die wir tragen können. Wir haben ja ein bisschen noch weiter gespielt. Im Stream, nach dem Stream, wie auch immer. Die Story... Die Mission haben bisher alle nicht so wirklich was miteinander zu tun. Das sind immer so irgendwelche dazwischen geworfene Story Missionen. Und deswegen... Was haben wir denn da an Lager? Aber da war ich doch neulich schon mal. Da war ich neulich schon mal. Oh, oh, Dead Dead Eye ist niedrig. Da müssen wir mal auffüllen. Wir steigen ab, wir steigen ab. Wir steigen ab, das sind Bösewichte. Das sind Bösewichte. Wenn wir den Headshot verpassen, sollte doch gehen, oder? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Pferdeleinchen, komm mal her. Pferdeleinchen, komm mal her. Pferdeleinchen, renn doch nicht weg, verflucht! Was bist du denn für ein Pferd? Digga, kommst du jetzt hier? Ey Digga, hat der Angst, oder was? Was macht der denn? Warum rennt das weg, verflucht? Digga, komm mal her, ich brauch dich. Ich hab gedacht, wir sind ein Team. Mann, 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 hier. So, komm, Bogen raus. So, zack, ich will mal einen von denen mit nem Bogen töten. Ich glaub, da gibt's EP für lautlose, lautlose Kills oder so, ne? Kann ja hier auch pfeifen. Ja, man kann die auch herlocken, das geht natürlich auch. Aber ich weiß nicht, ob die mich dann sehen. Wahrscheinlich sehen die mich dann, da steht nur unser. Habe ich denn da so wenig Schuss? Ja, weil wir da irgendwie noch ne abgesägte Schrotflinte oder irgendwas noch mit drin haben. Zack, Digga. Ja, hat nicht ganz so funktioniert, wie ihr das wolltet, Freunde. So, wir plündern natürlich. Wir sind heiß auf... Wir sind heiß auf Ware. Ach, 50 Cent, achso. Woll ich nach Eheringen, das ist natürlich nicht so toll. So, abgesägte Flinte. Nein, wollen wir auch nicht. Wir wollen hier plündern. Denn der Typ hat garantiert was dabei hier. Wir brauchen immer mal wieder ein bisschen Zeug, Freunde, um unser Dead Eye und so aufzufüllen. Also, ich muss irgendwie sagen, mit den doppelten Waffen ist das irgendwie nicht so geil, oder? Mit der Schrotflinte und dem Revolver? Da ist nur der Revolver irgendwie cooler, finde ich. Kannst damit deine Haare einfetten? Warum sollte ich denn damit Haare einfetten? Kann mir jemand erklären, was Haare einfetten bringen soll? Soll das gut aussehen, wie im Real Life? Oder... Was ist das? Hier haben wir irgendwas aufheben? Ne. Den machen wir mal rein, dass die uns nicht gleich immer so erkennen. Und jetzt gucken wir mal noch, ob wir hier irgendwas finden können. Hier ist noch was. Eine Salami, eine schöne. Kaffee. Und ein Stück Fleisch oder irgendwas. Kaffee. So. Ja, gut. Ruhen wir uns mal kurz aus. Wenn wir eh schon mal hier sind, würde ich sagen. Bevor wir dann weiter reiten, um das Öl-Transport-Ding zu klauen. So, weggehen, wie kann man denn jetzt ausruhen? Wie kann ich denn ausruhen? Hm, das geht anscheinend nicht. Steht doch aber hier, oder? Am Feuer ausruhen. Verstehe ich nicht. Füllt der jetzt was auf, oder nicht? Hm. Können wir mal kurz gucken, was wir hier schönes herstellen können. Ah! 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 Das ist natürlich geil. Das ist natürlich geil. Stell dein Dead Eye komplett wieder her und verstärkt es etwas. Das ist natürlich mega gut. Das sollten wir auch herstellen. Wäre natürlich gut, wenn man da gleich mehrere herstellen könnte. Gegenstand Lager natürlich. Auch das wäre gut zu wissen, wie viel man davon jetzt noch herstellen kann. Lagern natürlich. Ich muss mal kurz mal gucken, warte mal. Starkes, schlank. Sechs mal kann ich das noch herstellen. Das nehmen wir mal auch noch mit. Stellt unsere Ausdauer komplett wieder her. Das ist natürlich schon cool. Gegenstand Lagern. Ja Leute, wir müssen immer mal wieder ein bisschen die Vorräte auffüllen, denn... Natürlich ist das alles sehr wichtig hier. Wenn es wirklich drauf ankommt, brauchen wir wieder Dead Eye, wir brauchen wieder Heilung und so weiter und so fort. Das geht nicht immer so glimpflich aus wie hier. Denn manchmal sind die Kämpfe echt hart und... Ja. Da verlieren wir wirklich dann auch schnell Leben und müssen wirklich dann gucken. Was ist denn das? Revolversplitter? Und Splitter? Panzer? Ja. Füllt den Gesundheitskern eines Pferdes erheblich auf und aus der Falle für den Tag, wo wir goldenen ausdauern können. War leid, für einen Tag war cool. Stellt die Gesundheit eines Pferdes komplett wieder her und verstärkt sie etwas. Brauchst du das nicht? Ist auch nicht schlecht, ne? Können wir alles einmal herstellen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Wenn das geht, müssen wir nur halt dann ins Inventar legen. Kann man das jetzt ins... Ja, das packt er automatisch ein. Okay. Wom kann ich jetzt... Achso. Ja, okay. Warum soll ich jetzt nochmal mit John sprechen? Hä, warum jetzt noch... Muss ich jetzt wieder zurückgreifen, oder was? Warum denn das? Ist doch kacke, oder? Warum muss ich denn jetzt wieder zurück... Verstehe ich jetzt nicht. Hä, warum muss ich denn jetzt wieder zurückgreifen? Was ist denn das? Verstehe das manchmal nicht. Jetzt hat dieses Lager hier dazu geführt, dass ich nochmal zurückgreifen muss, nochmal mit John sprechen muss, weil die Mission abgebrochen ist, oder was? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also gut, wir sprechen nochmal mit John. Ist ja nicht so, dass wir eben gerade schon da waren. Äh, das verstehe ich jetzt nicht. Wahrscheinlich muss man die Mission bei Nacht machen, oder irgendwas. Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung. Oho. Komm, Bruder. Bill, alles klar? Altes Haus. Also gut, gucken wir mal, was John diesmal hat. Scheint ja irgendwie Probleme zu geben. Man kann in dem Lager auch einfach nicht rennen. Man kann hier einfach nicht rennen, es nervt. Hey John, was willst du nur diesmal? Boah! Boah! Natürlich mache ich Fehler, ist doch klar. Das kann selbst dem besten mal passieren. Und da ich der Beste bin, passiert auch mir das mal. So. Wir sollen uns also jetzt da treffen, Freunde. Jetzt gibt es auf jeden Fall, glaube ich, einen fetten Bankraubüberfall auf einem Zug. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Ich glaube, da hinten gibt es jetzt auch Jagdmissionen, wenn ich das gar nicht gesehen habe. Mal hier, Jagd. Ja, Charles. War cool. Ist ja geil. Da freue ich mich schon drauf. Abigail Roberts. Abigail möchte mit dir sprechen. Warum? Ich möchte doch jetzt... Wir haben doch jetzt gerade eine Mission. Was soll ich denn noch alles annehmen? Ich bin so ein verdammter Junker. Ich könnte besser wissen. Oh, shit. Die wollen immer alle zu viel von mir. Warte mal. Ich will jetzt nicht schon wieder... Das ist doch blöd. Ich will jetzt... Ich möchte jetzt eigentlich die Mission machen. Oh, das ist schon wieder im Arsch der Welt, Mann. Kopfgeld. Was? 300 was? 300 Dollar? Warum? Warum 300 Dollar? Ich verstehe das nicht. Ach so, weil wir da ausgerastet sind. Toll. Mika, das wollen wir nicht. Wir wollen zu John. Wo ist denn... Wo ist denn jetzt das, was John wollte? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, die Mission ist noch nicht aufgeploppt. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten. Okay, dann sprechen wir mal kurz mit ihr. Ich weiß auch nicht. Was ist es? Kann ich dir ein favorit? Wahrscheinlich nicht. Sehr lustig. Würdest du etwas mit Jack machen? Er scheint ein bisschen zufrieden. All diese Aufhebung kann nicht einfach auf dem pooren Kind. Warum? Weil ich dein Lieblingsbeirat? Weil er dich liebt und... Na ja... Du weißt, dass sein Vater nicht sinnvoll ist. Okay. Danke. Okay. Begib dich zu Jack. Wir müssen ja doch was mit dem Typen machen. Wo ich mich eigentlich nicht mit kleinen Fortnite Spielern rumschlagen möchte. Aber was willst du tun? Kannst nichts machen. Was ist denn der Typ jetzt? Ist das der Typ, der da rumlungert? Ach da. Kleine Boy. Little Boy! Okay. Oh, cool. Angeln. Endlich. Alter, ist das geil. Jetzt endlich mal angeln. Ja, da hab ich Bock drauf. Da hab ich Bock drauf. Da hab ich Bock drauf. Mal kurz... Mal kurz striegeln. Ja, Junge. Ja. Streichel auch noch. Ja, lass mich kurz mein Pferd streicheln. Das hat Liebe verdient. Alles klar, Junge. Kann man da die Verbundenheit weiter aufbauen, wenn man das permanent macht? Ja, Junge. Das geht bestimmt, ne? Füttern wir es mal. Hier hast du ne Möhre, Junge. Und nochmal streicheln. Ja, komm, das reicht. Let's go, Junge. Haha. So, warte auf Jack. Jack, komm, Alter. Was hat der für ne riesen Pose da dran? Sieht ja fast aus wie mein... Nein. Komm, Junge. So. 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 Where are we going? Just down to the river near here. You shouldn't go too far from the camp. Oh, okay. Feeling better? I know you was a little sick. Oh, I'm fine. You're a brave kid. So? Just like you? Well, I don't know about brave. I ain't much of a kid no more. Well, your mama might disagree. Her and a few other women, I guess. What do you mean? I'm just talking silly. It's been a tough few weeks up in that snow. I like the snow. Yes, but not like that. When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah. Well, we're not. This is our spot. For now, anyway. Why? I forgot a storybook there. We left so quick. Well, I'm sure someone can give you another storybook. Really? When? Well, we'll see. You've got fish to catch first. Alright. This looks like a good spot as any. Where should we stand, Uncle Arthur? Down by the shore. How can I choose a angel from there? Come on, follow me. Can you show me where, Uncle Arthur? I can't wait until it starts. I can't wait until it starts. Just by the water there? What do you mean? Just by the water, Uncle. Come here. Keep in touch and press, let's open the object to life. We're going to choose the object to that place. We'll let the object to that place. First, we need some benefit. Let's call it a little bit. The little fish, okay. Okay, and I'm going to have a little cheese. Beet? The value of the better. Now, you can move your line. Jetzt so? Okay. Ist hier gar keine Pose, kein Nix? Getschen? Jetzt so? Okay, wenn die Schnur vibriert, dann sollten wir aufhören, den einzuholen. Oh, ist das ein kleiner Fisch. Oh, ist der süß! Ein ganz kleiner. Ja, zurückwerfen. Ist ein guter Typ. Komm, wir machen nochmal. Ist das eine Bremse von Fisch? Ich will etwas machen. Okay. Ich werde ein paar von diesen Flasen rohen. Ich werde gleich zurück. Okay. Mal sehen, was er da ist. Mal sehen, was er da ist. Oh, fuck. Ist aber trotzdem wieder ein kleiner, glaube ich. Ist ja der gleiche. Der wehrt sich diesmal gar nicht. Der ist ja noch kleiner. Boah, der ist ja noch kleiner. Boah, der ist ja noch kleiner. Auch wieder zurückwerfen. Was soll man mit den Kleinen? Wo ist denn der Junge jetzt hin? Um einmal machen wir noch hier. Ich will mal was großes fangen, aber uns fehlt wahrscheinlich der Köder. Wir brauchen andere Köder. Wahrscheinlich. Ach, der Junge. Immer diese Belgier. Pfff. Pfff. Ich bin auch sicher. Aber bis dahin, hast du nur... Sitz, wirst du... Es trat nicht zu handles. Ihr seht zu dir nicht. Ist das gut für dich? Ich glaube. Ich glaube, er hat einen Bisschen, schau! Oh, der macht ein bisschen mehr Radau, der könnte vielleicht etwas größer sein, oder? Ich weiß nicht. Naja, auch schon wieder so ein kleiner Pups. Och Mann! Kann ich mal was richtig krasses anbeißen? Ist doch schon wieder so ein kleiner. Ich glaube, den nehme ich diesmal mit. So. Und was? Das Necklace habe ich gemacht. Necklace? Für Mama. Natürlich. Wie ein schöner junger Mann. Und in so komplexen Umständen. Arthur, nicht wahr? Arthur Morgan? Wer warst du? Ja, Arthur Morgan. Van der Linde's most trusted associate. You've read the files. Typical case. Orphaned street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton. Agent Ross. Pinkerton Detective Agency. Seconded to the United States government. Nice to finally meet. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. It's $5,000 for your head alone. $5,000? For me? Can I turn myself in? We want van der Linde. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. Because I heard a guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, I hate that a little old-fashioned nowadays. Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in van der Linde, and you have my word you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent. Milton. You see, I haven't done anything wrong. Aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. Hmm. So really, it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. You enjoy being a rich man's toy, dear? I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely. All of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid. While you still can. Who are they? No one to worry about. No one at all. Come on. Let's pick up your things and get home. Ja, das sollten wir. Das sollten wir. Komm, kleiner Junge. No, man. No. Go. Oh, my God. Why did you lie about where Uncle Dutch is? Because... Well... Because those are disagreeable, man. Und ich will sie nicht schulden. Was haben sie gesagt über Mac? Ist er in der Kirche? Nein, ich glaube nicht so. Ich hoffe, er ist einfach gut, wo er ist. Wie ich gesagt habe, nicht mehr über sie. Der Welt ist voll mit Disagreieblichen Menschen. Das ist das Grund, dass ich dich von Menschen wie sie. Ja, was ist das? Du hast es immer noch, oder? Ja, ich habe es. Gut. Wollte du Fischen? Es war... okay, ich denke. Es ist vieles, was sich umgekehrt. Es ist. Und Dutch ist ja gut zu uns, warum sollten wir den verraten? Da gibt es ja keinen Grund. Da du bist! Wie sind die Jungs? Great! Wir haben einen Fisch. Und ich habe dir dieses Knochen gemacht. Ist das so schön? Du bist nicht der Glückste, oder? Wollte du Herrn Arthur gegründet? Keine Hilfe. Wir hatten eine gute Zeit. Was ist falsch? Nichts. Nur ein paar Leute. Ich hätte besser mit Dutch sprechen. Okay. Hey. You did real fine, kid. Thanks. Wir haben ein Problem. Was? Ich habe nur ein paar Leute neben dem Wasser. Ein Mann namens Milton. Und ich weiß nicht den anderen Mannens namens. Ross. Milton und Ross. Und? Und? Sie sind die Arbeit der Pinkerton Detektive Agency. Und sie wissen über die Träne und wissen wir hier. Wollte du hier nachher? Nein. Sie wissen, wir sind hier. Und sie wollen dich, Dutch. Sie haben mir die Freiheit gegeben. Sie haben mir die Freiheit gegeben. Sie haben mir gemacht. Warum hast du das gemacht? Sehr lustig. Aber was machen wir jetzt? Nein. Ich sage, wir tun nichts. Just yet. Wir versuchen uns zu schrauben. Und wir tun etwas schrauben. Wir haben eine Körner. Wir haben sie übernommen. Wir haben sie übernommen. Wir haben sie übernommen. Wir müssen nur bleiben. Bleiben. Okay, wir machen einfach gar nichts. Aber es könnte ja durchaus sein, dass Dutch recht hat. Vielleicht brauchen wir gar nichts tun. Vielleicht wäre das ein Fehler. Wer weiß was passiert. Gucken wir mal. Wir schlafen bis morgen. 20 Stunden. Das machen wir. Leute. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Wir machen Schluss mit der Folge. 30 Minuten. Ich glaube das sollte reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Euer Pannechu. Tschau.